Seid gegrüßt ihr lustige Menschen! Willkommen auf BUNKER ONE mit eurem BUNKER! Wie ihr sehen und vor allen Dingen auch hören könnt, mein Mikrofon, welches hier normalerweise vor mir steht, gibt es nicht mehr. Ich wollte heute, heute ist der 14.06. ein Sonntag, ein Kanal-Update-Video mal wieder an den Start bringen, aber das ist mir jetzt nicht möglich bzw. möchte ich das mit diesem Mikrofon nicht tun. Ich habe sämtliche anderen Mikrofone mit irgendwelchen Sonderadaptern schon versucht hier anzuschließen. Es hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir erhofft habe. Dementsprechend müsst ihr leider noch etwas warten und vor allen Dingen müsst ihr auch warten auf neuen Content. Ich habe jetzt noch Material für ein Rainbow-Video, das kommt dann die Tage und hier im Hintergrund läuft ja auch schon Smite. Da wird auch ein Video erscheinen, sodass nicht komplett gänzlich gähnende Leere herrscht auf meinem Kanal. Aber ich muss erst mal Ersatz schaffen. Und das Problem an der Playstation, das ist ja nun mal, dass man sehr große Probleme hat, wenn man nicht das Mikro und den Kopfhörer entweder auf Blu-Ray auf USB oder auf Klinke an den Controller anschließt. Wenn man das trennen will, braucht man Adapter und die müssen dann auch treiberlos funktionieren. Es ist ein absoluter Horror, wie ich finde. Na ja, jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Mikro und will mir auch ein paar Sachen anschauen. Ja, weiß ich nicht, wie lange das dauert. Ich habe jetzt langes Wochenende gehabt. Ist natürlich jetzt doof, dass es genau heute auf dem Sonntag passiert. Aber gut, shit happens. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich bin auch da, hallo. Und, ähm, ja, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen zu dem Thema. Ich werde dann noch geheim halten, was da als Let's Play kommt. Manche wissen es tatsächlich schon, aber ich hatte auch angefangen, aber ich konnte es, ich konnte halt nicht weitermachen. Und mit den, äh, Geräten, die ich halt jetzt hier habe, ist mir das auch nicht gut genug tatsächlich. Das, das ist einfach nicht mehr meins. Ich habe da keine Lust zu. Ich meine, ich habe getestet, wie weit dieses Mikro von mir weg sein muss, dass man überhaupt irgendwas Tolles versteht. Aber okay. Gut, wisst ihr Bescheid. Des Weiteren, ähm, das nehme ich schon mal vorweg. Das sollte eigentlich ins Kanal Update Video. Bin ich bei meinem Kanal ja fast bei 2000 Videos angelangt, beziehungsweise seit ein paar Stunden nicht mehr, denn ich habe sämtlichen For Honor Content von meinem YouTube-Kanal verbannt. Gelöscht. Für immer. Der kommt nicht wieder auf meinem Kanal. Der ist weg. Und das ist auch gut so, weil ich dieses Kapitel damit jetzt endgültig abschließen möchte. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich, äh, For Honor mäßig damals unterstützt haben. Ich möchte mich bei allen Gegnern entschuldigen, die ein Sparpaket bekommen haben. Ja, das dazu. Das, äh, Game hat sich für mich erledigt. Und, ähm, wer mich deswegen abonniert hat, der, äh, möge dann halt weiterziehen oder sich vielleicht mit dem anderen Content, den ich hochlade, auseinandersetzen. Vielleicht ist was dabei, vielleicht nicht. Dann, äh, mach's gut und danke, dass du bald dabei warst. Wer bleibt? Vielen Dank, dass ihr bleibt. Und, ähm, ich hoffe, ich kann mich da nächste Woche schnell genug drum kümmern und das richtige Kanal Update Video zeitnah bringen. In diesem Sinne, macht es gut. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.